Seit nunmehr fast neun Jahren wird über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer diskutiert. Ursprünglich war diese gedacht als Reaktion auf die Finanzmarktkrise 2008-2009. Nun liegt in Form eines Gesetzentwurfes ein erster Schritt für die Einführung einer solchen Börsensteuer vor. Wir schauen uns gemeinsam an, was das zukünftig für Anleger bedeuten könnte. Hi, ich bin Ivan von Evergreen. Es soll also eine neue Steuer geben, und zwar die Finanztransaktionssteuer. Über Sinn und Unsinn einer solchen Steuer haben wir mal ein Video gedreht, das findet ihr hier oben. Was es mit dem aktuellen Gesetzentwurf auf sich hat, das schauen wir uns jetzt an. Erstens, warum sollte es eigentlich eine solche Steuer ursprünglich mal geben? Nun, mit dieser Steuer sollte der spekulative Hochfrequenzhandel an den Märkten eingedämmt werden. Der teilweise mitverantwortlich war für die Finanzmarktkrise 2008-2009. Ob man das mit dem jetzigen Gesetzentwurf tatsächlich erreicht, das ist wirklich fraglich. Denn besteuert werden sollen nicht die Instrumente, die im Hochfrequenzhandel eingesetzt werden, wie beispielsweise Derivate, sondern ganz normale, einfache Aktien. Dass das ungeeignet ist, das ursprüngliche Ziel, nämlich die Eindämmung des Hochfrequenzhandels zu erreichen, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Warum füllt man dann trotzdem eine solche Steuer ein? Nun, es scheint so, als gehe es nun nur noch darum, irgendwie zusätzliche Steuern zu generieren. Und um das der Bevölkerung schmackhaft zu machen, verbindet man gleich den zu finanzierenden Teil mit der Finanztransaktionssteuer, nämlich die Finanzierung der Grundrente. Und gegen die Finanzierung der Grundrente kann ja nun wirklich niemand etwas haben, oder? Außerdem sollten ursprünglich Finanzspekulanten durch die Steuer zur Kasse gebeten werden und Banken sowie Börsen an den negativen Auswirkungen der Finanzmarktkrise beteiligt werden. Diese Steuer sollte also zu mehr Gerechtigkeit führen. Kommen wir zweitens zum Gerechtigkeitscheck. Wer soll diese Steuer eigentlich bezahlen? Bezahlen sollen diese Steuern Personen, die Aktien von großen Unternehmen kaufen. Nun, wer kauft Aktien von großen Unternehmen? Unternehmen mittelbar oder unmittelbar am Ende immer ein Anleger, und zwar ein Privatanleger. Mittelbar, indem er selber direkt diese Aktien kauft, oder unmittelbar, indem er Aktienfonds kauft oder eine Versicherung abschließt, die wiederum das Geld der Anleger im Kapitalmarkt anlegt oder über eine Pensionskasse sein Alter fürs Alter vorsorgen möchte, und so weiter, und so weiter. Damit wirkt diese Finanztransaktionssteuer bei Kauf von Aktien oder Aktienfonds wie ein zusätzlicher Ausgabeaufschlag beim Erwerb dieser Kapitalmarktprodukte. Wenn doch aber ursprünglich Finanzspekulanten, Banken und Börsen an den negativen Auswirkungen der Kapitalmarktexzesse beteiligt werden sollen, warum zahlen dann am Ende die Anleger diese zusätzliche Steuer? Beim Gerechtigkeitscheck ist diese Steuer ganz klar durchgefallen. Keine Steuer ohne Ausnahmen, deswegen schauen wir uns drittens die Dinge an, die von der Steuer eventuell ausgenommen bleiben. Das kann im Wesentlichen jedes Land selbst entscheiden, zum Beispiel, ob die Steuer nicht anfällt, wenn beispielsweise Aktienfonds für die private Rentenvorsorge gekauft werden. Wie man das überwachen oder feststellen möchte, ist noch nicht ganz klar. Gibt es dann später zertifizierte Aktienfonds, die von der Steuer ausgeschlossen werden? Wie erreicht man eine solche Zertifizierung und wie wird das Ganze überwacht? Das klingt nach viel zusätzlichem Aufwand. Über die Finanztransaktionssteuer rechnet man mit zusätzlichen Einnahmen von etwa 1,5 Milliarden Euro. Das Geld soll dazu verwendet werden, um die Grundrente zu finanzieren. Am Ende hat man sich mit dem Entwurf der Finanztransaktionssteuer sehr stark von dem Ziel entfernt, nämlich die Eindämmung des Hochfrequenzhandels. Außerdem ist es echt schade, dass auf die Anleger eine zusätzliche Abgabe zukommt, die seinen ohnehin schon niedrigen Ertrag weiter schmälert. Wie seht ihr den Gesetzentwurf zur Finanztransaktionssteuer? Gibt es gar positive Dinge, die ihr diesem abgewinnen könnt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.